Die Vos 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 So gefällt mir das Die Vos Leute heute Das ist falsch Das wäre dazu Ich sehe es da müssen wir nicht hin nein noch nicht Das wäre die geschichte mit den Beiden im parat das nein wir müssen jetzt hier haben sie das Dahin und dahin was ist das hier finde er ex lager das ist hier Da kann ich vor sein dass die jungs hier gerade am rumschlachten sind mir den Er sagt hier nicht getündet haben ich brauche Ein paar Gangkehre So das haben wir erledigt sehr schön Gucken Da müssen wir gleich hin aber wir müssen erst mal hier hin Ich bin schon mit der Vor Nossehlein So Ich habe mich mal gehört Und ich bin sehr stolz 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 Dann bin sehr stolz Ich bin sehr stolz Ich würde kurz orientieren, es teilt sich gerade. Ne, wir reiten jetzt mal noch hier weiter hier hin. Da müssen wir rein. Trusor mitnehmen, kommt Tiere einsammeln. Okay. 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 So, Relikt aus der Kammer. Okay. 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 So, weiter geht's. Okay. 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 Und ich hab auch ein Kira. Ich kann nur da lang sein. Die Macht ist mit mir. So. Was ist nicht so schrecklich? Meere Sammler meinem einen. Vielleicht gucken, wo es weitergeht. Da müssen wir hin jetzt. Wirft das mehr Artefakte an diesen Spalt da rein. Okay, das machen wir. Das war's. das ich könnte eventuell ein bisschen stören die macht ist mit mir ich habe gedacht das liegt darunter aber irgendwie nicht so ganz geklappt schade schade sehr unspektakulär aber wir haben es geschafft so müssen wir noch etwas erledigen die ganze quest abgeben ja und dann müssen wir uns nur noch um die sache vom kira kümmern ok ok Eure verloren geglaubte Technologie, Padawan-Kosch. Das sollte alles sein. Sieht noch intakt aus. Das ist sogar noch mehr, als wir gefunden hatten. Die Gormax müssen weitergesucht haben. Ich kann euch nicht genug dafür danken. Der Orden wird sich sehr darüber freuen, dass wir diese Technologie gefunden haben. Ich konnte nicht zulassen, dass das Opfer eures Meisters umsonst ist. Ich konnte es fühlen, als Meister Bacara starb. Als ihr den Anführer der Gormax getötet habt, konnte ich das auch fühlen. Aber es war anders. Es fühlte sich gut an. Mein Meister würde jetzt bestimmt sagen, dass ich wie ein Sith rede. Dieser Wilde war eine Bedrohung für jeden in diesem Lager. Dann war es zum Wohle aller. Meister Bacara wäre stolz. Diese Technologie ist zu wichtig. Ich darf nicht riskieren, sie noch einmal zu verlieren. Sobald ich geheilt bin, werde ich nach Voskar zurückkehren. Für den Orden. Für Meister Bacara. Für alles. Danke. Gerne geschehen. So, das ist natürlich alles sehr viel schlechter. Okay, nächste. Abgeben. Wir sind. Wir haben dichном indebt. Wir sind. Wir sind. Spyと. Und wir sind. Die ganze Zeit war sch Shiitler. Wir sind angemacht.